Full Bull. Glauben wir mal, dass er heute mal auf dem Gast bleibt, dass er heute mal voll durchzieht hier in Zwervers Oben, um uns den ersten Full Bull zu zeigen. Grüne Flagge für... ...und zwar so viel im Combo als da, aber mit dem Runde... ...76, 186. ...und zwar so viel im Combo als da, aber mit dem Runde... ...76, 186. ...und zwar so viel im Runde... ...Greenfighter vom Team Hümskei am Aufschlichtdorf. Aufschlichtdorf, grünte Freude. Das ist momentan noch das Problem, oftmals kommt er von der Strecke ab, oftmals wird er disqualifiziert, die ersten Fokale haben aber dennoch schon eine Farbe zum Red Painter, der Schuh startet, startet hier nach und nach jetzt die Verachtung vor, der reicht circa an der Zahl, wie gesagt, er ist mit 6000 PS ausgestattet und das müsste eigentlich für einen Vollpool ausweichen. Genießen Sie der Red Painter aus dem guten Orden, in der Nebenverfolgung sind Sie zu Hause, die Jungs vom Red Painter liegen und Sie wollen die Sehnenkräfte laufwischen in der 2,5 Tonnenklasse mit 1,8 Motoren abgebaut, dann starten Sie nur mit zwei Motoren, aber jetzt erst einmal die Gebäude der Power des Jungs Benzer. Applaus Ja, der hat vier Ausflug, gell? Ja, der Kindstefahrer ist die der Schöne, der Kindkommunierin. Aber am Ende reicht es nicht rein für Grün, der Kai bleibt bei der 70-Meter-Marke, 76-Meter, 75-Meter. Applaus 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 ... um ein Finale herbeizuführen. ... 7,97, ... 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 Das ist jetzt schon noch. Bremsgleich? Die 147-Liter-Hofraum krummeln in Seifertsumpeln. Aber das ist doch kein ... Hier ist es warmlaufen. Ja. Vorhin habe ich noch hinten schon warmlaufen lassen. Die Kiste ist warm. Das muss ich nicht so sagen. Kraft ist da wie Sau. Aber keine Geschwindigkeit. Leistung ist da. Aber er kann das nicht umsetzen. Und er hat am Ende. Er bringt die Leistung ja da vorne. Hier wird an der Übersetzung. Aber das scheint auch hier momentan das Problem zu sein. Genauso wie bei Goldmann-Dinger. Wir lassen uns überraschen, ob er jetzt noch Richtung 100 Meter Wagen geht. Der Mann hat sich in der ihrer Stadt angerufen. Hier geht es. Der Mann bräuchte den Mann. Der Mann bekommt so viel Strieg. Eieieiei! Aber er kann es noch nicht so richtig umsetzen. Noch einmal alles rausgeholt am Ende ist bei 40 Liter Schluss. 730 Winter, 980. Fantastisch anzuschauen, der Dragonfire. Und da verstummt er für Rowdy. BRC 1086, vier Turbos, dreistufig aufgeladen, 2.000 Wettkampiers vor dem Bremswagen im Saal verzogen. Brems, dreistufig aufgeladen, 4.000 Wettkampiers. Der ist sehr gut. Wärtssicht? Er wird ein paar Pfeifigen. Ich bin ein paar Pfeifigen. Ich bin ein paar Pfeifigen. 3.000 Wettkampfpärz! 4.000 Wettkampfpärz! 4.000 Wettkampfpärz! 150.000 Wettkampfpärz! 20.000 Wettkampfpärz! Noch lauter, das lässt uns noch einen zweiten Lauf! Freude Standformationen läuft auch. So, Startweger weg! So wirds nichts. Das war's für heute. Kuhl, gerade der Riemann-Rolle erfordert der 165-Mitglakel, wo die Nase langsam nach oben ist. Fantastisch anzuschauen, hier fragen sich immer, wo kommt der Rytos her? Es ist einfach ein fantastischer Traktor und er ist eigentlich fleißungsmäßig viel zu stark für diese Platte. Er muss immer wieder mit angezogenen Handbremsen fahren, auf heute wieder bis zu 70 Metern. Auf jeden Tag, grüne Flagge. Das war ein Kuhl, das war ein Kuhl. Das war das Kuhl. Das ist gut, das ist gut. ... und die Anrufe. ... und die Anrufe. ... und die Schleife. ... und die Schleife. 72 Meter 96 Meter 72 Meter